Der Extreme Auto Innenreiniger wurde speziell für die hygienische Sauberkeit im Auto und Haushalt entwickelt. Die kraftvolle Formel sorgt für Tiefenhygiene und neutralisiert unangenehme Gerüche. Selbst hartnäckige Verschmutzungen in Fußmatten, Innenverkleidung, Polstersitzen und Fahrzeughimmel werden sanft aber dennoch effektiv entfernt. Einfach einsprühen, idealerweise mit der Sonax Polster, Textil und Lederbürste schön aufschäumen und anschließend ordentlich trocknen lassen. Gleichzeitig beseitigt der enthaltene Geruchsvernichter schnell und langanhalten Zigarettenrauch, Tier und andere störende Gerüche. Der Sonax Extreme Auto Innenreiniger für saubere Frische im Auto und im Haushalt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017